hallo und herzlich willkommen zu unserem französisch kurs hier erkläre ich dir wie dieser kurs funktioniert du hast jetzt bei digistore 24 unseren kurs gebucht dann hast du diese seite die dir angezeigt wird und hier geht es zum trainingsmaterial hier findest du das einführungsvideo je nachdem ob du das kombi paket oder nur das video training gebucht hast findest du hier auch noch zum basis kurs als option da hast du dann noch das kurs material des basis kurses hier wie gesagt das einführungsvideo das du gerade siehst trainingsmaterial auf deutsch wenn du da drauf klickst dann sind für dich schon 60 videos freigeschaltet mit unterschiedlichen themen das sind die videos auf deutsch das heißt du kannst die jedes video erst mal auf deutsch anhören damit überhaupt weißt worum es inhaltlich geht und anschließend auf französisch nach dem 30 video hast du einen ersten zwischentest auch das ist ein video und dann geht es weiter bis video 60 das ganze hast du auch als mp3 kannst dir also auch die mp3 dateien runterladen und dann wo immer du bist anhören und üben gleichzeitig gibt es hier ein button kontakt bei fragen wenn du da drauf klickst dann kommst du auf meinen kalender das kurz und kannst einen termin vereinbaren einen telefon termin kostenlos 15 minuten da besprechen wir dann die fragen die du hast ja je nachdem okay dann haben wir hier das trainingsmaterial auf französisch hier haben wir dir erst mal 30 videos freigeschaltet das sind im act hier video 27 la famille 27 haben wir hier mit der familie die familie sind also die ersten 30 videos und da kannst du dann einen termin vereinbaren für den ersten zwischentest da telefonieren wir eine viertelstunde und gehen im grunde genau die inhalte dieses videos durch das basiert auf den vorhergehenden videos und wenn du diesen zwischentest bestanden hast dann schalten wir die nächsten 30 videos für dich frei das ist hier bei den ersten 60 dass am ende auch wieder ein zwischentest kommt wenn der zweite zwischentest bestanden ist bekommst du die restlichen 40 videos auf deutsch plus eben die videos für französisch und wenn du alle 100 videos durchgearbeitet hast dann vereinbaren wir einen termin für deine sprachkenntnis prüfung und dann bekommst du von uns das zertifikat so einfach geht das jetzt wünschen wir dir viel spaß beim lernen und wenn fragen sind dann hast du hier unten den magischen knopf bis dann